Es ist wieder soweit, der achte Spieltag der Bundesliga liegt hinter uns. Wir sind Megafon 1995, der Fortuna Fan-Fußball-Talk oder genau Fan-Cast. Sucht euch das aus, wie ihr wollt. Wenn ihr das zum ersten Mal hört, ich bin der Mo und mein Co-Moderator ist eine Ikone des Amateurfußball-Sports in Düsseldorf. Er ist Michael aka Stransky8. Guten Tag. So, bevor wir Ihnen das Ganze gewinnen, warum eigentlich Ikone? Jawohl, du stehst sogar in einer Strichter-Ausgabe drin. Also bist du eine Legende des Amateursports. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Wo ich hin wollte ist, wenn wir euch gefallen, gerne lasst eine 5. Generation auf iTunes da. Schreibt uns gerne Feedback bei uns in die Megafon95 Gruppe auf Facebook. Gerne könnt ihr es auch über Twitter uns anschreiben. Als Megafon95, dort findet ihr uns auch. Gerne Lob, gerne Kritik. Teilt uns, liked uns, liebt uns, teilt uns auf jeden Fall. Jetzt habe ich das zum zehntausendsten Mal gesagt mit dem Teilen. Wir sind Amateure und wir sind Fans. Wir sind Freunde der Fortuna aus Düsseldorf. Und wir haben uns ein bisschen geärgert jetzt am letzten Spieltag, oder Micha? Na klar, wenn man 7-1 verliert, ist sehr klar, dass man sich dann ärgert. Ja, ich fange mal bei der Aufstellung an. Stöger hat für Giesemann gespielt im Mittelfeld und Zimmer hat dann als Linksverteidiger gespielt, wo ich mich schon gefragt habe, warum gibt man Barkok nicht die Chance und holt dann den Stöger wieder in die Startelf. Ich habe sein Skript geschrieben, die taktische Ausrichtung war scheiße. War es ja auch. Man hat irgendwie... Ja, das war nicht nur das Spiel, dass man das Spiel irgendwie hoch verloren hat, das wäre ja egal, aber du hast halt auch Scheiße gespielt von Anfang an. Normalerweise ist das Spiel Fortuna geil und verliert. Diesmal haben wir gedacht, komm, diesmal ein Scheißspiel und wir gewinnen glücklich, aber wir haben nur Scheiße gespielt und der Rest war halt dann wirklich einfach so ein bisschen für den Arsch. Micha, erst kein Glück, dann Pech und auch Unvermögen und nichts ist irgendwie angekommen, kein Standard, keine längeren Pässe. Man hat einfach generell Scheiße verteidigt oder konnte man einfach die Frankfurter, die aktuell diesen Lauf haben, die auch diese Qualität haben, Europa League, Champions League zu erreichen, hat man einfach gegen die nichts in der Hand gehabt. Natürlich, Jovic hatte einen Sahnetag, wo ich mir denke, gegen andere Mannschaften hätte er an dem Tag auch zwei, drei Tore gemacht. Meiner Meinung nach liegt es halt ein bisschen am Pech vom Adam Bocek. Also ich meine, er kann halt nicht immer was dafür, dass er immer kacke aussieht, aber irgendwie, ich habe langsam das Gefühl, dass so ein Fluch auf ihn liegt, dass er halt immer so, dass er dann hier den Elfmeter verursacht, da den langen Ball so verlängert, dass der Gegner komplett durch ist, da verstolpert er mal den Ball. Also das ist ja nicht mal unbedingt was, wo ich sage, da kann er was für, sondern er hat einfach Pech, aber trotzdem auch, wenn man einfach nur Pech hat, dann kann man den halt nicht aufstellen. Great players create greatness, shit players create shit. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich meine, ich glaube, Paul Scores wäre es gewesen. Ich dachte, Haftbefehl. Nein, übersetzt heißt es, dass großartiges Spiel, auch Großartiges passiert und Spielern, die scheiße sind, passiert halt scheiße. Ich will nicht sagen, dass Bocek scheiße ist, aber auf jeden Fall nicht mehr die körperliche Fitness und auch die Schnelligkeit, die er vielleicht früher mal hatte. Bundesliga ist ein Level zu hoch. Ja, aber er hat auch teilweise einfach nur Pech in Situationen, aber irgendwie finde ich krass, dass immer er das Pech hat. Ja, aber Michael Rensing steht dem eben nichts nach. Klar, er kann nichts dafür, dass Fortuna 7-1 verliert. Doch. Teilweise schon. Dann haut es gleich raus, ich sage jetzt erstmal meinen Part. Er kann nichts dafür, dass Fortuna 7-1 verliert, der hält zwei, drei Dinger gut. Gut, der sieht auch die, sagen wir ja, die Dinger, die 100% Richtung Tor gehen, die hält er einfach nicht. Auch 70% vielleicht nicht, aber alles andere wirkt er immer sehr souverän. Ich war auch noch nie wirklich ein Fan von ihm, um die eine Brücke zu bauen, von ihm früher eigentlich. Ich habe eigentlich immer die anderen Keeper stärker gesehen. Muss er jetzt raus nach dem Spiel 7-1? Er hat auch einige Patzer gemacht meiner Meinung nach. Er hatte diese, wie heißen diese Männchen, wo so heiße Luft reinkommt, die so nach links und rechts wabbeln. Ich weiß gar nicht, wie das auf... Ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber ich weiß, was du meinst, diese... Wenn Bayern ein Tor macht, dann gehen die immer hinterm Tor und wabbeln. Ja, genau, diese... Ich glaube, ich würde geil, dass wir beide die Arme hochgehoben haben und die Bewegung, als ob die Leute das sehen würden. Diese Airshaking-Dudes, keine Ahnung. Ich glaube, die heißen Uli Hoeneß, weil das so aufblasst Dings, die sind. Kritik? Kritik? Oh nein, nicht an den FC Bayern. Nein, er wirkte so ein bisschen wie die, weil ihm die Arme umknickten oder sein Körper schneller war als die Arme. Und das sah einfach irgendwie unglücklich aus, Micha. Jetzt hau mal raus, warum Rensing und Bozek raus müssen aus dem Kader. Und wahrscheinlich auch Kaminski. Der hat auch richtig beschissen gespielt. Ja, Kaminski hat halt Standard... Also hat halt Standard schlecht gespielt, wie Alain auch. Und Bozek, wie schon gesagt, der hat halt irgendwie einfach momentan Pech. Und wenn er einfach Pech hat oder Pech in die Mannschaft bringt, dann kann man den halt nicht aufstellen. Und Rensing ist halt einer, der macht vielleicht keine Fehler, aber der macht auch nichts gut. Also der hält Bälle, wo man denkt, wenn die reingehen würden, wäre das halt peinlich. Die hält er, aber halt auch nicht mehr. Ja, also zum Beispiel jetzt, natürlich wird man mich da auch kritisieren können für meine Meinung, aber zum Beispiel den Elfmeter. Das war ein richtig scheiß geschossener Elfmeter. Rensing ist dran, hat aber keine Kraft in den Armen. Den Ball, der kriegt den Ball gegen den Armen und der Ball fliegt trotzdem ins Tor, anstatt dass er wenigstens, wenn er so knapp an den Innenpfosten geht und dann rein. Okay, aber Rensing kriegt den Ball an die Hand und der Ball ist trotzdem drin. Und wenn du mit dem Arm hinter den Ball kommst und der Ball geht trotzdem rein, dann bist du halt scheiße, weil du nicht die Kraft, das waren ja auch keine 100 kmh Schüsse oder so. Das waren so Bälle, wo ich mir denke, Neuer hätte die vielleicht sogar festgehalten. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so dann das zweite Gegentor, okay, der Seitfallziel von Jovic war ein geiles Ding, wo ich mir aber auch denke, ein guter Bundesliga-Torwart hält den, kommt da vielleicht noch dran. Aber da ist kein Vorwurf. Dann das 3-0, der Schuss von Jovic vom 16er. Der Ball ist nicht stark, der ist auch nicht wirklich komplett platziert. Aber Rensing steht halt komplett scheiße und fällt dann einfach um, anstatt zu springen. Zum Beispiel jetzt das 4-0, wo Haller den Ball über Rensing lupft, wo ich mir denke, warum macht Rensing, das ist so, als hätte man dem Rensing so eine Limbo-Stange hingehalten, die der Ball ist. Und der versucht da so matrixmäßig drunter wegzugehen, wo ich mir denke, bleib doch einfach oben stehen und dann kriegst du den Ball an den Kopf und dann hast du den gehalten. Aber das war ja gegen Nürnberg auch schon so, das 3-0 von Nürnberg, wo Rensing einfach runtergeht und sich so klein wie möglich macht, damit der Gegner den Ball schön über den Drüber lupfen kann. Rensing verhält sich antiklimatisch zu dem, was man beim Torwart erwartet. Ich habe so das Gefühl, wenn ein Torwart älter wird, erwartest du Routine, seine Abgeklärtheit, Souveränität, Weitsicht. Aber das scheint Rensing nicht zu haben, er scheint eher Qualität zu verlieren. Wirklich massiv. Man sagt ja meistens, Torhüter hören auf ihrem höchsten Level auf, aber er scheint irgendwie seinen Peak schon gehabt zu haben. Und mittlerweile, meiner Meinung nach, das habe ich da gesagt, eigentlich seit Anfang der Saison ist er eigentlich nicht tragbar. Er profitiert halt davon, dass Tim Wiesener verletzt ist, der so als dritter Mann eigentlich stehen würde. Rafa Wolf halt auch erst mit Privatem, dann wieder mit Verletzungen, dann wieder mit Privatem irgendwie momentan ausfällt und dann auch irgendwie gerade nicht verfügbar ist und nicht klarkommt. Jetzt haben wir halt Tyson noch als zweiten Keeper, den man letztes Jahr von Köln 2 geholt hat, der eigentlich die Regionalligamannschaft so ein bisschen verstärken sollte und so ein bisschen Konkurrenzkampf bieten sollte da auf der Torwart-Position. Rensing, ich gehe mal davon aus, dass er gegen Wolfsburg auch spielen wird. Na klar, weil Wolf einfach aktuell seine komische Virus-Krankheit da hat. Jetzt, wie sieht es halt aus mit unserer Innenverteidigung? Meinst du, Adam Bozek würde im nächsten Spiel nochmal von Beginn an starten oder kriegt vielleicht Robin Bormuth seine Chance oder ein hoffentlich der nächste Woche fitter André Hoffmann kommt wieder? Ja. Ich glaube leider, dass Bozek trotzdem wieder spielen wird und ich glaube auch, dass die Mannschaft beim nächsten Spiel ungefähr so aussehen wird, wie jetzt bei diesem Spiel, wo ich mir auch denke, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann kann man doch auch mal was versuchen. Zum Beispiel einfach mal einen Barkok von Anfang an bringen. Einfach mal einen Kujovic reinbringen, auch wenn ich kein Fan von Kujovic bin. Aber die anderen sind ja auch nicht besser, wo ich mir dann denke, dann kannst du den wenigstens vorne reinstellen, dann hast du von Gießemann und Zimmer Flanken. Vielleicht trifft eine Flanke mal den Kopf und dann ist der drin. Ich habe zwar so ein bisschen das Problem, warum ich mich gefragt habe, warum so Bodka rausgegangen ist für Barkok, aber ich fand grundsätzlich, dass Barkok und Luko Bakio auch bei dem Stand von 4-0 oder 3-0 halt wirklich Gas gegeben hat. Luko Bakio ist viel gerammt, hat viel Pressing gespielt, trotz des hohen Rückstands, auch beim 7-1 noch. Der hat versucht zu laufen. Barkok hat versucht, viele Pässe zu verteilen, den Ball an sich zu nehmen, ins Dribbling zu gehen, das, was ihm auch gelungen ist. Also die beiden haben wirklich besser gespielt als der Rest. Du kannst jetzt nicht einschätzen und sagen, die sind rausgestochen. Fortuna des Spiels ist Doni Luko Bakio oder Armin Barkok. Das kannst du jetzt nicht sagen, weil die Mannschaft generell scheiße war. Also bist du, wenn du engagiert bist, generell drüber. Aber die beiden waren so ein paar Lichtblicke auf jeden Fall. Bei Luko Bakio fand ich halt super. Also ich habe dir, weil wir haben ja die Zeit gefunden, mal zusammen wieder ein Fortuna-Spiel zu gucken, habe ich in der Halbzeit noch gesagt, ja 3-0 zur Halbzeit, zweite Halbzeit macht Fortuna noch ein, zwei Tore und dann ist alles wieder gut, kann ja nur besser werden. Und dann habe ich auch noch gesagt, ja jetzt Luke Bakio raus, äh Luke Bakio rein und Barkok rein. Wo ich mir dachte so, okay, Funkel hat mal auf mich gehört, aber bei Luke Bakio fand ich es halt super. Der hat da ein bisschen wenigstens gewirbelt und das war auch beim Stand vom 7-1, wo er dann vorne halt gefoult wurde und sich dann den Ball direkt hinlegt und also direkt, direkt weiterspielen will, wo, wo... Aber kein anderer Fortuna-Spieler hat halt mitspielen wollen. Die Mannschaft zog dich nach, Barkok brachte sich in Position, die scheinen sich wirklich gut, die scheinen sich gut zu harmonieren, während die anderen Fortuna-Spiele, die in Offensive waren, zum Beispiel Stöger, ähm, Luke Bakio auf der anderen Seite gar nicht gesucht haben. Sobald der Barkok gesehen hat, der Luke Bakio hatte oben ein bisschen Platz, kam direkt der lange Schlag flach oder halb hoch, sodass er den gut verarbeiten konnte und dann eine Offensivaktion kreieren konnte. Wenn wir aber das hier drüber sprechen, dass die beiden gut harmoniert haben, aber irgendwie der Rest drumherum nicht mit denen harmoniert hat, dann könnte das im Umkehrschluss ein Grund sein, warum Friedhelm Funkel die nicht aufstellt. Auf der anderen Seite hat er natürlich dafür zu sorgen, dass die Mannschaft als Team funktioniert und halt auch jeder Spieler mit jedem harmoniert. Ist ein Fehler von Fortuna aktuell, sich... Bricht die Mannschaft... Ganz einfach. Die Mannschaft bricht es heinander? Ja oder nein? Nee, das würde ich nicht mal behaupten. Aber ich finde halt, wenn ich Trainer wäre, ich würde zum Spiel gegen Wolfsburg einfach mal komplett... Also was heißt komplett einen Cut? Aber ich würde dann einfach mal Dux draußen lassen, einfach mal Hennings draußen lassen, dann vielleicht mal einen Kujovic oder einen Karaman spielen lassen und dann würde ich mal einen Barkok spielen lassen, dann würde ich mal einen Baumut spielen. Also einfach mal die Leute aus der zweiten Reihe einfach mal reinwerfen, weil beschissener machen können die es ja auch nicht und die haben dann vielleicht noch die Motivation, denken sich, jetzt haben wir die Möglichkeit und dann geben wir denen mal eine Chance und da auch mal einfach einen Lovren von Anfang anbringen, so wo ich mir denke, gegen Wolfsburg einfach mal mit Lovren, Kujovic und Luke Bakio vorne im Sturmanfang, dann einfach mal Baumut in der Innenverteidigung und schlechter kann es auch nicht sein, als das, was jetzt gegen Frankfurt da war. Udo Carabiner-Winterst, der hat jetzt das Mannschaftstraining wieder begonnen und ja, Davo Lovren, der ja auch sein Bundesliga-Debüt schon gefördert hat, der laboriert gerade so ein bisschen am Sprunggelenk, also die beiden werden wahrscheinlich ausfallen, wie Gießelmann passieren wird, das werden wir wahrscheinlich die Woche dann erfahren, ob er dann wieder fit ist oder nicht, das war ja auch noch offen, vor dem Spiel überhaupt. Gießelmann war ja immerhin im Kader, also denke ich mal, dass er gegen Wolfsburg wieder dabei sein wird. Dann sind wir für immer für überrascht. Fortuna hat Scheiße gespielt, ihr könnt uns gerne wissen lassen, wie Scheiße ihr das Ganze fandet und wie ihr das einordnet. Haut uns gerne über YouTube in die Kommentare, schreibt uns unsere Facebook-Gruppe Mega von 95 auf unserer Facebook-Seite. Ihr könnt uns das gerne auch über Twitter schreiben. Teilt uns, liked uns, liebt uns. Wir sind Mega von 95, der Fortuna Düsseldorf-Fan-Talk oder Fan-Cast. Wie auch ihr wollt, mit mir, dem Wampendribbler und natürlich dem Edgerinske, auch dem Micha, die Ikone des Amateurfußballs. Ich finde das immer nur lustig. Wenn ihr auch Ikone des Amateurfußballs seid oder einfach mal Bock habt, über uns mitzumachen, schreibt uns gerne mal an projektmigo von podcast at gmail.com und dann können wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht so eine kleine Fan-Edition raushauen können. So, Micha, gegen Wolfsburg geht es jetzt. Die Spiele am Stand der Aufnahme noch, aber grundsätzlich jetzt mit Bruno Labbadia so langsam aber sicher entwickelt die sich in eine sehr, sehr positive Richtung. Für die natürlich, für uns eher nicht. Aber Wolfsburg scheint sich zu berappeln und auch die finanziellen Mittel die Saison nutzen zu können, die die haben. Europa League scheint ein realistisches Ziel. Wie schätzt du das Ganze ein? Ja, das wird... Ich bin froh mit jedem Punkt, den Fortuna jetzt holt. Also, ich bin mit einem... Ich bin sogar mit einem Tor gegen Wolfsburg zufrieden. Wenn Fortuna ein Tor macht und nicht mehr als drei kassiert, bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem Spiel. Ich bin mit einem Unentschieden wirklich glücklich. Ich glaube nicht dran. Gucken, wie die Mannschaft das wegstecken wird. Wenn man wieder so spielen kann, wie die ersten Spiele gegen Schalke, gegen Leverkusen, dann kann man denen auf jeden Fall einen Punkt klauen, ein Beinchen stellen und dann ist vielleicht auch mehr drin. Aber wenn man so spielt wie jetzt gegen Frankfurt, weil die einfach sich perfekt eingestellt haben auf uns, dann denke ich mal, wird da nicht viel drin sein. Wir haben jetzt nicht über den Strafstoß gesprochen. Ich glaube, das muss man auch nicht tun. Wenn man die Szene sieht, okay, war Handspiel von Bocek. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wie das Ganze gelaufen ist, dass es natürlich zwei Minuten später kommt. Der ganze Scheiß ist natürlich unglücklich für uns, weil die Situation, auch die Frankfurter nicht mehr auf dem Schirm hatten, alle so ein bisschen verwundert waren. Warum weift er denn jetzt? Nach dem Entrieb Scheißheber von Jovic. Ist dann halt so gelaufen. Michael, noch letzte Worte? Ja, meine letzten Worte waren, wir gucken nie wieder ein Fortuna-Spiel zusammen. Das war gefühlt, also seitdem wir den Podcast haben, war das das erste Fortuna-Spiel, das wir zu zweit geguckt haben. Das stimmt nicht ganz. Wir haben irgendwann, als Fortuna in der zweiten Liga am Anfang der Saison so erfolgreich war, da haben wir noch mal ein Spiel oder zwei zusammen geguckt. Aber das ist halt, dass wir dann mal, sag ich mal, Fortuna zusammen gucken können und am nächsten Tag, wie jetzt aktuell den Podcast aufnehmen können, da müssen die Sterne eigentlich schon gut stehen. Das habe ich auch noch in der, ja, das habe ich noch gestern gepostet in unserer Mega von 95 Gruppe. Von wegen, die Sterne stehen gut, weil wir zusammen Fußball gucken konnten und am nächsten Tag aufnehmen. Da könnt ihr auch sehen, dass der Spitznam am Wampendribbeln nicht gelogen ist. Genau. Und, ja, und dann standen die Sterne halt so gut, dass man 7-1 auf den Sack kriegt. Aber, das war echt eklig. Dann saßen wir noch in so einer fucking, fucking Pub drin, wo gefühlt nur Frankfurter waren. Das war so erbärmlich von uns. Das war echt traurig. Vor allem, ich glaube noch nicht mal, dass das Frankfurt-Fans waren. Das waren einfach nur Anti-Düsseldorf-Fans. Die hätten sich, glaube ich, auch gefreut, wenn da, weiß ich nicht, wenn da eine Kuh aufs Feld geschnitten hätte. Ja, soviel gesagt, wir versuchen natürlich, euch nächste Woche wieder zeitnah wie möglich den Podcast zu liefern. In dem jetzt kürzlich, wie möchte ich sogar einige von euch die alten Folgen rehören? Aus welchen Gründen auch immer. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr, die uns supportet, auch so supporten. Ich schalte jetzt einfach mal einen kleinen Aufruf. Ihr könnt ja jetzt gerne mal unter Deckdülle-Folge posten oder gerne auch an oder auch gerne unsere Megafon95-Gruppe, was wir besser machen können, wie wir uns besser verteilen können, was wir tun können, um euch das zu liefern, was ihr wollt. Und dann würde ich auch direkt sagen, danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir sind Megafon95, der Fortunus Love-Fancast. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.